So, willkommen zurück. Ähm, ja. Es ist immer noch nicht Nacht. Ich hab mir was ausgedacht. Wir machen dann vielleicht doch erst die Höhle. So groß kann sie ja jetzt nicht sein, ne? Von daher... Das klappt schon irgendwie. Weil eigentlich ist ja noch relativ hell und wir sollen ja um Mitternacht kommen. Da können wir ja auch nochmal sonst den Strand aufräumen. Komm, Bounce. Sehr schön. Das ging doch super. So, was haben wir denn hier alles am Strand? Schlangenwurz, ja. Okay, da hinten war ja solche... Hier, ah ja. Ich seh's schon. Mensch, Bounce greift mit an. Na, das haben wir doch schön gemacht. So, und dann jetzt nochmal den da hinten. Und dann müssen... Endlich kriegt man in der Wasser was zu tun. Ich hab auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl... Ähm... Ich hör dir um das Gute, aber falsch. Und je mehr, ähm... Je mehr man kämpft, desto besser wird man. Aber das wird halt eben nirgendwo, ähm... Angezeigt. So. Oh, da ist ein dicker. Ja, den müssen wir, glaube ich, auch noch wegräumen. Solange da noch keine Kleinen mit dabei sind... ... geht das, ja? Boah, ist so langsam, okay. Das guckt man ja locker hin. Aber der blockt. Der blockt die Sau. Okay, das geht. Also, solange er sich nicht hochmacht... ... kriegt man, glaube ich, hier auch nichts hin. Also, das heißt... Also, von hinten braucht man das, glaube ich, gar nicht probieren. Ähm... Oh ja, genau. Bei den alten Risen-Teilen... ... war es halt so, dass man, äh... ... die erst auf den Rücken schmeißen musste. Ah, nur ne Muschel, na super. Okay, äh, hier hinten wird ja... ... wird es ja nichts Spannendes geben, oder? Okay, doch, hier da hinten ist noch so einer. Im Wald ist nichts. Okay, dann machen wir den eben nochmal platt, denke ich mal. Gibt mir das. Mit deiner Haut macht ich mir eine Mütze! Komm! Schade um das gute Opferfleisch! Oh, nicht drin, Mensch! Ach, noch ne Muschel? Dann speichern wir mal und dann gucken wir uns mal die Höhle an, was hier so schönes gibt. Ähm... Okay. Ich sehe schon wieder was. Oder? Ach, ne, das sind nur Gräser. Cool. So, dann gibt es hier noch was. Ein Gürteltier und eine Ratte. Also hier scheint alles safe zu sein. Hier gibt es noch eine Blume. So, hier zwischen noch was. Ne, okay. Alles klar. Ja, dann können wir, denke ich, mal reingehen. Und die säubern. Ähm... Okay. Da ist was. Hobulde. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze! Hobulde. Ah, okay. Oh, gleich drei. Oh. Oh, die sind... Oh, zehn Stück. Okay. Komm, Bones. Sehr schön. Sehr schön, Bones. So, was haben wir hier? Noch ein Fisch? Und noch ein Fisch. Okay. Da oben? Ah, ich höre es. Ich höre es schon wieder. Da unten nichts. Da oben? Truhe verschlossen. Schade. Was sind hier noch welche? Ja, hier ist... Boah, Alter, die schießen ja nicht. Stimmt, das war ja ein Kobold. Die waren ja echt mies. Boah, hier, lass mich mal hier aussehe. Ich bin hier fest. Hallo? Boah, ist das nervig. So, das war's. So, einen magischen Kristall. Ja, schön. Brot. Probierend. Okay. Ähm... Da, Silberbecher. Sehr schön. Blutpuppe, Fusel. Hammer. Auch gut. Alles Kohle. Und Krug. Und ein Goldsack. Auch gut. So. Und eine Ader. Noch besser. So, wieder acht erhalten. Sehr schön. Und, äh... Das waren hier, glaube ich, noch nicht alle. Klagerfeuer. Was geht? In... Müssen wir... Da unten war nix, oder? Oh, da ist eine Falle. Toter Gnom. Ähm... Was macht diese Falle? Oder kann man die entschärfen? Nee. Ach, hier, da ist ein Explosionsfass dran. Oh, wie mies. Na gut. Das sind vielleicht hinterhältige Teile. So. Ähm... 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 Yeah, I speak English. But it's not good enough, uh, to, yeah, uh, commentate, uh, this game. Äh, no, I switch back to German. Sorry. So. Wir brauchen immer noch die... Ähm... Wir brauchen immer noch die, 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 ähm... Wandern. Okay, das ist hier echt weitläufig, ne? Ich hoffe, wir schaffen das rechtzeitig zu Mitternacht. Müssen noch welche sein. Verdammt. Nein! Scheiße! Ach du Scheiße! Ah, you finished this game. Äh, yeah, what's your, äh, impression of the game? Ähm, äh, I think, äh, the, the start was very, ähm, yeah, long and, äh, it's not very interested. But, äh, now, it, it, äh, would be better. Fuck. So. Okay. Also, man kann auch den Fallen entkommen. Man muss ja nur Leertaste drücken. Ähm. Ähm, Bones, bist du da gerade durch die Falle gerannt? Ähm. Ähm. Early in the game. Ähm, yeah. I think, too, because, äh, your partner... ...uhh, ähm, a block blocks a lot of damage for you. So, ähm, are we now all of them? Oh, sorry. Ähm. Äh, my, my stream, äh, run very good and I don't have dropped frames. Uh, you must restart it, maybe. Äh, I, I have the stream, ähm, on, on my second monitor and, äh, there are no problems. Äh, press, ähm, Ctrl, äh, F5. Maybe it's better. Or change your browser. Sometimes, uh, it's, it's run better if you'd, uh, take the Incognitor, äh, the, 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 Aldney, who's called, I mean, in English, I think, in Invisible Browser or something else. I don't know. So... Ähm. Oh, fish. Okay. Ähm. Ja. So. Ah. We have now all of them? Okay, ähm, we have now. So. Hm. So. I have just tipped. Sorry for the short break. So. What have we here? Ah. We have a lot. What have we? Ah. We have. Okay. So, ähm, to your last question, or, or, you say it's very easy at one point. Um, yeah, I think it's easy, uh, at this point, and I think, uh, I have, uh, some, oh, okay, um, some hours, uh, to finish this game. But when it's not, uh, uh, it would be, uh, easier. Um, yeah, I don't know. Um, yeah, I don't know. It makes no fun, or? Uh, 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 uh Irgendwas Sehr schön So, haben wir einen Rest? Das geht Was kriegen wir hier? The game has 4 chapters And I think almost invincible At chapter 2 Okay I think I'm at chapter 1 I play Let me look 12 hours I think So, kommen wir von hier? Was ist hier? Haben wir jetzt alle genommen oder nicht? Oder doch? Ich weiß es gar nicht Kann ich das irgendwo nachlesen? Ähm... Wir sind doch hoch gekommen, ne? Ich denke mal Dann... Teleporten wir uns einfach doch mal zurück Nein, nein Nein, nein Nein, nein Nein, nein Nein, nein Ah, okay Ah, okay Ich glaube dann war es fast eher wie der Tag Ähm... Ja, gut Dann können wir ja den Genom suchen Äh, hat er das? Bring mir was bei, handeln Wo... Wo ist denn der andere? Ach ne, der rennt immer oben rum, ne? Ähm... Geht der da? Okay Das ist der auch nicht Hier gab es doch keinen dritten Also haben wir noch nicht alle erledigt oder was? Äh... Eine Ausreise Proviant? Nein Hm... Verbündete? Und da ist denn das? Wir sind doch Taranis Ja Ja Wird mir denn das nicht angezeigt? Was ist Saphir? Da hinten? Ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen verfund Ähm... So ... I have one question Also, second chapter starts with uh, joining an... ... ... ... ... ... ... I'm... ... ... ... ... ... ... ... Oder hatte ich das von... von einem Menschen hier? Hat der mich... Versuch dir wen anders zum Reden. Naja, das ist nur ein Kadett. Achso, ja, erstmal schnell. So, ähm... Gut. Wir könnten ja oben gleich erstmal ein bisschen aufräumen. Ja. Ja, die Musik ist sehr großartig in all parts of Risen. Okay, das ist nur genug. Aber ich denke, das System ist zu einfach. Aber ich denke, das System ist zu einfach. Und... Ah, okay. Chapter 3. Okay. Um... So... Let me look... Which quest we have to... Uh... Maybe end this chapter? Um... Mhm. Okay. I think the reactor... Can be... Finished. The first chapter. Okay. Um... Was, was... Aak? Aak? Oh! Aak? Uh... Was ist das damage? ... aber nicht verändern. So, ähm, Chapter 2. Ja, keine Herausforderung. Kannst du mir erzählen, dass ich die nächste Zeit habe, wenn ich eine bessere Weapon geworden bin? Ich glaube, ich spiele ein bisschen, aber meine Klauze und die Weapon sind die gleiche. Ja, aber ich habe ein paar E-Rings gefunden. Aber das waren nicht sehr viele Sachen. So, das haben wir hier aufgeräumt. Okay, da liegen Skelette rum. Ich speichere mal und gucke mal, ob ich gegrillt werde. Halt, altes Wissen. Hier. Ah! Ein altes Wissen. Wo war denn das hier auch? Ne, ne? Okay, hier kommt man. Guck mal einfach. Monolithenstein. Ich habe einen Monolithenstein. So, das müsste es gewesen sein. Und woher habe ich einen Monolithenstein? Ehm... Guck mal. Ehm... Not in the city. And at Antigua I was. Ah, okay. Ben Rose. Ah, okay. Nice, thank you. So, yeah, my problem was I have learned to open a closed chest and yeah, but the keys are too expensive I think. I am not sure if I found so much money that it's okay to buy the keys. I want to test it, but I forget it. Always. So. Last one's handle. Let's try. Okay. Irgendwas verkaufen. Plunder. Ähm. Die Schattenwaffen waren ja eigentlich gar nicht so gut, ne? Können ja mal. Fünf. Ähm. Was könnte man noch? Was ist denn? Die ganzen Kerzenhalter sind eigentlich völliger Mist. Barbarisch. Goldpokal hier kommt. Sack, weg damit. Goldschale. Ähm. Hm? Oh, gut. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Schattenzapter zu schwer. 200. Nice. Ah, gut. Ähm. Akzeptieren wir mal. Ähm. Ja, ähm. Ähm. I think there's a problem from Twitch. I can change the server. Maybe it's better. But it's a question, where are you looking from? Ähm. So, wait. I change the server. Ähm. The stream stops. And I think in a few seconds I'll be back.